Fanny, hier ist nochmal die Mama. Rufst du mich bitte zurück, ja? Ja, ich sehe auch. Nein, du holst doch die Würstchen, dachte ich, oder? Ja, eben, eben. Ist doch so. Giesbeth! Oh. Nachricht hinterlassen. Fanny, hier ist nochmal die Mama. Ich wollte das... Hallo? Hallo, Fanny. Wieder nix. Tschüss. Setzt. Wie oft haben sie denn schon angerufen? So an die 20 Mal. 20 Mal? Ja, oder öfter. Dann ist jetzt die Mailbox voll. Ja, aber warum ruft sie denn nicht zurück? Wahrscheinlich hat sie ihre Tochter noch gar nicht abgehört. Ich hab's gewusst. Was haben sie gewusst? Man hört so viel Schlimmes. Lisbeth, Sie hören das Gras wachsen. Fanny Schumacher, geboren am? 21.05.1989. In München. Wie lange ist sie schon weg? Seit drei Monaten. Drei Monate? Ja, also sie macht ein Gastsemester in Italien. Ach so. Das ist auch das erste Mal, dass sie so lange weg ist von zu Hause. Also sie hat dann zum Glück privaten Zimmer gefunden, weil in dem Studentenwohnheim, da muss es ganz schrecklich gewesen sein, so mit Mülleimern auf den Etagen und da weiß man ja auch, dass... Frau Schumacher, bitte. Äh, ja, also auf jeden Fall ging's ihr dann viel besser und jetzt hab ich seit vier Tagen nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht ist der Akku von ihrem Handy leer oder sie hat's irgendwo liegen lassen. Nein, ich hab's ja auch auf dem Festnetz probiert. Hat sie denn Probleme? Äh, wie Probleme? Nehmen Sie Drogen, psychische Erkrankungen, Liebeskummer? Nein, auf gar keinen Fall. Die meldet sich schon, hm? Ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Frau Schumacher, Ihre Tochter ist erwachsen. Ihrer Aussage nach geistig voll zurechnungsfähig und sie gehört keiner gefährdeten Personengruppe an. Außer Sie haben mir jetzt etwas verschwiegen, was ich unbedingt wissen sollte, hm? Nein. Machen Sie sich keine Sorgen, hm? Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen. Nachricht, Herr Lange. Fanny, ich komm um 11.30 Uhr in Lubinor, ähm, am Ostbahnhof an. Kannst du mich bitte abholen, wenn das geht? Ich bin ganz durcheinander, weißt du, hoffentlich ist dir nichts passiert. Also, ähm, wenn du nicht da bist, dann fahr ich zu dir in die Wohnung. Halt! Ich bin... Hallo? Scusi? Halt! Hallo? Entschuldigung! Scusi, die haben wir... Ja? Fanny! Gott sei Dank! Ich hab mir so Sorgen gemacht! Warum hast du denn dein Handy aus? Wer hat mich beinahe nicht gefunden, Mensch! Hier? Ja. Das ist Luca. Schön, dass du da bist. Luca, das ist meine Mutter Lisbeth. Ja, dann bringen wir erst mal deine Sachen nach Hause, oder? Ja. Komm! Ganz schön steil. Wir sind ja gleich da. Also dann, bis später. Ja. Komm rein! Oh, Entschuldigung. Schon okay. Du schläfst bei mir im Bett, ja? Mhm. Willst du kurz duschen? Äh... Ja? Äh... Frische Handtücher sind im Bad. Ja. Wie findest du ihn? Woher kann er denn so gut Deutsch? Lukas, Mama ist Deutsch, aber die lebt schon lange hier. Bye. Bye. Ja. Komm! . Kann ich reinkommen? Äh, gleich, komm. Jetzt. Bist du fertig? Luca holt uns gleich ab. Wir sind heute Abend bei Carla zum Essen, ja? Wer ist denn Carla? Luca, mach mal, ich würde dir gefallen. Ich dachte, wir haben erst mal ein bisschen Zeit für uns. Das gehört ja auch noch alles zur Uni. Studieren Sie auch? Ja, Jura im achten Semester. Mama, jetzt mach's doch nicht so kompliziert. Soll du einfach tun, hm? Sie fühlen mich schrecklich. Ach, Quatsch. Mh, guck mal! Sechs Wochen. Unglaublich. Sie? Du hättest sie am Anfang gesehen sollen. Total schüchtern. Und jetzt? Fast in die Italienerin. Hey! Ciao! Alles Gute. Du bist da. Mama! Mama! Hast du die jetzt gekauft? Ja. Die ist schön für dich, finde ich. Sag mal, Fanny, wenn ihr euch jetzt erst sechs Wochen kennt und dann wohnt er schon bei dir? Luca hat noch ein Zimmer bei seiner Mutter, aber die meiste Zeit sind wir bei mir. Ich bin so glücklich, Mama. Signora, cittelle scharpe, che sono bellissime. No, no, grazie. Basta così, basta così. No, grazie, grazie. Be paziente, non puoi darei fastidio alla gente, però. Torz, puh. Sbra male, schuh. Hab ich euch Marco vorstellen, mein Onkel? Ach so. Ciao. Ciao. Elisbeth, Fanny's Mutter. Montolieto. Deutschland? Aha. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Woher kommen Sie? München. Ah, Oktoberfest. Ja, viel Bier und Lederhosen, Mama. Ist doch wahr, immer nur Oktoberfest, jetzt hätten wir nichts anderes zu bieten. Machen Sie Urlaub? Ah, ne, ich bin nur übers Wochenende hier wegen Fanny. Schade, ich habe Sonntagnachschicht, sonst hätten wir mal essen gehen können. Oh. Ich muss weiter. Arrivederci. Hey, der hat voll mit dir geflirtet. Hat er gar nicht. Hat er wohl. Der hat dich sogar zum Essen eingeladen. Der hat uns alle zum Essen eingeladen. Dich. Hallo, Luca. Ciao, Mama. Ciao. Ciao. Was hat sie denn? Fanny. Was ist, warum steigst du dich einfach aus? Es geht nicht. Ich... Ah, ich glaube, ich weiß warum. Okay. Sie wird dir gefallen. Alles in Ordnung? Ja. Ja. Äh, Luca ist wahrscheinlich beim Aussteigen auf die Kindersicherung gekommen. Ach so. Ja. Liesbeth, meine Mutter. Hallo, Carla. Schön, Sie kennenzulernen. Danke. Ich unterrichte an der deutschen Schule in Ancona. Leider nicht der nächste Weg, aber... Hm. Nach dem Tod meines Mannes wollte ich unbedingt wieder arbeiten. Kennen Sie Frankfurt? Nein. Wir waren für zwei Jahre dort. Für Luca war es toll, aber ich habe mich nie richtig wohl gefühlt. Die Deutschen haben, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, einfach kein Esprit und kein gutes Essen. Was machen Sie? Ich arbeite im Kreisverwaltungsreferat, Führerscheinvergabe. Und Ihr Mann? Heizungsinstallateur, aber wir sind geschieden seit zwölf Jahren. Hm. Kann ich etwas helfen? Ähm, in der Besteckschublade ist ein großer Holzlöffel. Wenn du mir den bitte gibst... Entschuldigung. Äh, du kannst aufdecken. Sag Luca, er soll die Kristallgläser rausholen. Die Teller sind in der Vitrine im Esszimmer. Fanny ist wirklich bezaubernd. Ein bisschen unbedarft vielleicht, aber so sind seine Mädchen immer. Luca wohnt ja auch noch zu Hause. Zum Glück gibt es an der Uni in Urbino diesen neuen Studiengang. Internationales Recht. Heutzutage reicht es einfach nicht mehr aus, nur eine Sprache zu sprechen. Können Sie ein bisschen Italienisch? Äh, nö. Englisch, ich kann Englisch. Hm. Luca hat gerade sein erstes Staatsexamen geschrieben. Manche Studenten brauchen ja ewig, bis sie fertig werden, also das würde ich nicht durchgehen lassen. Heutzutage muss man sich schon ein bisschen anstrengen, wenn man was erreichen will. Was studiert Fanny nochmal? Äh, 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 Architektur. Ah ja, hm. Es gibt ja so viele Architekten. Die meisten sind froh, wenn sie ihren Job als Bauleiter bekommen. Auch kein leichter Job für eine junge Frau. Aber Fanny ist sehr gut. Also sie, sie hat so gute Noten gekriegt, dass sie sogar ein Stipendium bekommen hat für Italien. Luca fängt am Montag mit seinem Tirucinio an. Äh, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ähm, äh, Referendariat in einer sehr renommierten Kanzlei in Ancona. Jetzt kann ich ihn immer mit dem Auto mitnehmen. Möchten Sie noch ein Glas? Du hast ihn noch nicht gesehen? Du hast ihn schon gesehen. Nein. No, nein. Lies. Lies, bitte. Lies, meint die Operat? Andiamo insieme? Lies, bitte. 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 hier zu tun. Da haben Carla angeboten, hier ein Zimmer zu mitteln. Haben Sie schon alle kennengelernt? Nein, nicht wirklich. Wir sprechen ja alle italienisch. Also da drüben, das ist die Cousine von Luca, die Nina mit ihrem Mann Francesco. Und das ist Carlas Schlager, Vittorio, ja, meiner Rechtsanwaltskanzlei. In Ancona? Ja, genau. Aber wie seine Frau heisst, weiss ich nicht mir genau. Teresa, Francesco, ich weiss ich nicht. Miai cari, il mio breve discorso lo terro in tedesco. Mama, ich möchte dir danken für das fantastische Essen, einen schönen Abend, den du wie immer mit größter Perfektion zu einem Erlebnis machst, aber auch für die letzten 23 Jahre. Liebe Lisbeth, Fanny ist das wunderbarste Geschäft, das mir je begegnet ist. Sie ist klug, mutig und sie mit ihren eigenen Kopf. Aber gerade das bewundere ich so an ihr. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Das ist der Hammer. Nicht vergessen zu atmen. Noch vor sechs Wochen hätte ich jedem einen Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, dass ich diese Frage überhaupt jemals einer Frau stellen werde. Aber dann ist Fanny aufgetaucht und ich wusste, auf sie habe ich immer gewartet. Sie hat mich ein bisschen zappeln lassen, aber vor vier Tagen dann, hat sie mir ein Jahr gegeben. Wundervolle. 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 Mama, entschuldige, dass ich dir vorher nicht gesagt habe, es sollte eine Überraschung werden. Ja, das ist auch eine Überraschung. Ich bin so glücklich, Mama. Ähm, Fanny, können wir irgendwann mal in Ruhe reden? Willkommen in der Familie. Ey, das ist alles ein bisschen plötzlich, oder? Foto. Fanny, Fanny. Ja. Ich kann nicht mehr fahren. Ich habe echt zu viel getrunken. Und Fanny? Besser nicht, schau mal raus. Wir können auch alle hier übernachten. Oh, ich habe gar nichts dabei. Es gibt auch Taxis. Ach, wasch. Und diese Uhrzeit dauert das doch ewig. Meine Mutter hat bestimmt Nachtdämpflich, ne? Kann Fanny eigentlich kochen? Na ja, so das Übliche. Was heißt denn hier das Übliche? Ich hoffe, ihr ist klar, dass sie als Frau eines zukünftigen Rechtsanwalts ihren Mann zu unterstützen hat. Da muss man schon mal für 20 Leute ein Abendessen geben. Mama, jetzt lass das mal. Du hast auch immer gearbeitet. Ich habe deinen Vater immer unterstützt. Genau wie dich. Fanny, ich kann das schnell. Die beiden haben doch keine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Fanny. 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 Und? Nichts. Seltsam. Oh Gott. Nein. Hast du schon ein Ticket? Äh, Ticket. Aha. Mama. Wir sind noch 2 Euro. Mama, der Bus fährt gleich. Komm. Ja. Mama. Pack dein Geldbolten gleich weg und behalte deine Tasche im Auge. Da wird gern mal geklaut, ja? Lass uns doch was machen. Ja. Schade, dass du schon wieder fahren musst. Aber ich kann auch noch eine Nacht bleiben und dann rufe ich einfach morgen im Büro an und sage, ich bin krank. Ich habe morgen Uni und ich glaube, ich muss erst mal mit dem Rauschen schlafen. Habe ich gestern echt gesucht? Oh ja. Wann heiratet ihr jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Also, Mama. Ciao. Komm, Lebert, nach München. Ja, ja, ja. Ciao, Liefer. Wiedersehen. Ich rufe dich an. Ja. Gut. Schön, dass du da warst. Tschüss, mein Engel. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Schau guck o coach. Tschüss. Schau guck bolts, kommt dein Geostriter sein. Tschüss. Lass wurden im Tisch. Schau guck'mannst du Telefonstil da. Schau guckst du Pel Fanny, wir müssen reden Komm Warum hast du denn nichts erzählt? Habe ich dir doch schon gesagt Wollte dich überraschen Das ist doch Quatsch, du hast immer alles erzählt Sogar als du in deinen Mathelehrer verliebt hast, hast du alles erzählt Und jetzt, wo du so eine lebenswichtige Entscheidung triffst Da rufst du nicht mal an Freust du dich denn gar nicht? Warum müsst ihr denn gleich heiraten? Ja, warum denn nicht? Du solltest erstmal dein Studium fertig machen, bevor du dich für einen Mann aufopferst Aufopfern, wie das schon klingt? Ja, ich weiß, wie das läuft, Fanny Ach Sobald ihr verheiratet seid, wird sich dieser verwöhnte Bengel ins gemachte Nest setzen Was? Onkel mit Kanzlei in Ancona, da kann man ja Leichtkarriere machen Und du sollst an den feinen Herrn bedienen Sag mal, spinnst du? Hast du nicht gemerkt, wie seine Mutter mit dir umspringt? Luca ist total anders Ja, das dachte ich bei Karl-Heinz auch immer Siehst du, Mama Genau das ist der Grund, warum ich es dir nicht erzählt habe Du wirst es mir ausreden, nur weil du mit Papa so auf die Nase gefallen bist Ich liebe Luca Und seit wir uns kennen, haben wir uns jede freie Minute gesehen Und jeder davon war ich glücklich Kein Streit, nichts Ich bin Noch nie jemandem so nah gewesen Auch dir nicht Das ist schön Ja Aber wenn ihr dann so zwei Jahre verheiratet seid Sieht alles vielleicht auch anders aus Wenn ihr Ehe macht auch eng Du gönnst es mir einfach nicht, oder? Das ist nicht wahr Schau dich doch mal an Schau dich doch mal an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mama? Fanny? Was ist denn los? Weinst du? Du musst kommen. Ich bin in Frontone bei Lukas Oma. Ja, ich komme. Marco, wach mal auf. Marco, ich muss gehen. Niesbeth. Wo warst du heute Nacht? Und wo kommt das Auto her? Peter. Was ist denn Marco? Komm. Moment mal. Jetzt hähl ich dir unterwegs. Alter. Luca? Papa? Er ist weg! Habt ihr euch getrennt? Was ist denn passiert? Wir haben uns gestritten, weil ich nicht mit nach Quebec wollte Wieso Quebec? Quebec? Quebec ist 6000 Kilometer weit weg von dir! Du hast ihm nur gar keine Luft zum Atmen gelassen! Komm, wir mal weggehen Na ja, am besten zieht sie jetzt mal das Kleid aus Ich hasse sie! Morgen fahre wir zurück nach dem Gymnasium aber Kannst du meine Sachen aus der Wohnung holen? Warum denn das? Ich kann nicht, verstehst du? Da erinnert mich alles an Luca Ich werde keinen Tag länger hier! Ich hasse ihn! Ich habe diesen ganzen Mist hier! Ich will nur nach außen, Mama Also gut Wie hast du dich als Kind schon immer versteckt? Ich habe den Brief von der Uni gefunden Ach, hast du dich mal wieder in meinem Zimmer umgesehen? Tut mir leid! Was tut dir leid? Das mit dem Studium oder dass du geschnüffelt hast? Luca, wir müssen reden, so geht das nicht weiter Ich wollte immer, dass du stolz auf mich bist Du hast dir immer gewünscht, dass ich meinen Papas Fußstapfen trete, aber ich kann das einfach nicht, verstehst du? Aber ich bin stolz auf dich, wahnsinnig stolz! Mein Gott, sei doch nicht so naiv! Du weißt nichts von mir! Ich habe dich wochenlang angelogen! Au! Alles okay, Mama? Hm? Nee, gar nichts ist in Ordnung! Das ist doch alles Mist, Fanny! Guck mal, du hast Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um nach Italien zu können! Und dann hast du wie eine Wahnsinnige italienisch gelernt, damit du dieses Stipendium bekommst! Und jetzt willst du auf einmal alles hinschmeißen, nur weil es ein bisschen schwierig wird! Ich dachte, du freust dich, wenn ich wieder zurückkomme Guck mal her! Fanny, du bist meine Tochter und ich liebe dich über alles! Aber als Mitbewohnerin wirst du mir langsam zu anstrengend! Wenn ich mir vorstelle, dass in meinem Bad auch so eine lustige Kondomdose steht, da wird mir ganz anders! Mama, die habe ich doch schon ewig! Die standen in meinem Zimmer! Siehst du, genau das meine ich! So genau will ich das gar nicht wissen! Bist so uncool! Was bitte ist denn daran uncool? Mama, wo willst du hin? Mh-mh! Da müsst ihr jetzt alleine durch! Mh-mh! Nonna hat dem Pfarrer vor sich selber noch nicht abgesagt! Ja, ich glaube, mit dem Heiraten haben die beiden es nicht mehr so eilig! Mh! Und? Was hast du jetzt vor? Hm! Mal sehen! Bleib da noch ein paar Tage! Kannst bei mir wohnen, hm? Nö, lieber nicht! Die zwei Tage mit dir, die haben mir eigentlich schon gereicht! Bin ich wirklich so schlimm? Viel schlimmer! Ja! Warte! Oh Gott! Nur das Heiligtum! Liesbeth! Oh, Frau Lini! Zu, bitte! Komm mal, bitte! Die Polizei ist unten für dich! Na komm! Marco! Warum hast du mich nicht geweckt? Oh, das habe ich versucht! Weisst du, wie ich mich gefühlt habe? Allein im Bett! Nach dieser Nacht! Glaub ja nicht, dass du irgendwelche Ansprüche hast, nur weil wir ein bisschen Spaß hatten! Ha! Spaß! Ich habe mich verliebt! Sag mal, Mama, habe ich da was verpasst? Hm! Und du regst dich über meine lustige Dose auf, hm? Nee, ich habe mich nicht über deine Dose aufregt! Ich möchte sie nur nicht in meiner Wohnung haben! Was ist das, für eine Dose? Warum? Fängst du auch schon damit an? Paul! Was machst du denn hier? Ja, die Polizei hat mich angerufen, wegen meinem Cabrio! Ach so! Ja, ich verstehe das alles nicht! Setz dich doch erst mal! Luca, ähm... Ich muss dir was sagen! Es liegt mir schon lange auf der Seele! Ey! Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben! Ich habe es bisher nicht fertiggebracht, es dir zu sagen wegen Papa! Habt ihr Schluss gemacht? Wie? Du weißt das mit uns? Ach, natürlich! Schon lange! Prost! Ciao! 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 Ob das gut geht? Nicht unser Problem! Wenigstens ist viel weg vom Tisch! Und jetzt? Wir können doch wieder ins kleine Hotel fahren, war doch lustig dort! Damit sie uns das Auto wieder klauen? Na woanders hin, mir egal! Und was ist mit Marco? Du hast Zeit! Na los, ich fahr! Na jetzt komm mal in die Gänge! Ja, ist ja gut!